Ach, dann hast du halt ein Problem. Weil wenn du arbeitest, so, dann kannst du, dann hast du hier Mittagspause von zwölf bis eins. Weil bei mir ist es meist so, wenn ich streame, nach so drei, vier Stunden hab ich halt Hunger. Weil ich esse immer kurz vorm Stream, ne, logischerweise so. Und dann wird's halt irgendwann schwer, ne. Ja. Lass mal nicht Lothar und gehen, oder? Ist doch voll scheiße. Ist halt alles scheiße auf der Mitte. Ist halt alles Kacke, lass irgendwo hin, ja. Lass hier raus. Ja, viel Spaß, sie zu finden hier. Lass mal, äh, lass mal hier hin. Lass mal hier hin, Jungs, bei Grün. Ich weiß doch, ich weiß eh das zu lange, auf Stab ist, deswegen ist es gar nicht schlimm bei dir. Aber es ist halt so typisch diese Troll, weil es gibt Leute, die meinen genau das, was du schiebst, heißt, Full R'n. Bestell doch, bis reich. Ja, was ist das denn? Ne, ich bin nicht, aber hier ist halt wieder nix. Ich höre, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich diese Map hasse. Weil die so arsch ist für Public. Es gibt einfach nicht einen Ort, wo man landet, wo immer was los ist. Ja, ist so inkonsistent. Gar nicht. Wie, jetzt kann ich jetzt mein Messer rausholen. Das stimmt, ja. Das Loot und so ist echt clean, Digga, wie schnell das alles geht, aber... Das ist wirklich clean. Was nicht clean ist, ist die Anzahl der Gegner hier gerade. Ja, so Digga, wenn du so lootest bei MW3, so wie die Sachen aus Kisten kommen und so, das ist schon viel smoother als davor, finde ich. Also es geht viel schneller. Du kannst viel schneller so alles einsaugen. So mit 4x, BAM. Du musst ja wissen. Ja. Boah, so ein Asse. Warte mal, hier unter mir ist mal einer. So ein 1 ist sogar noch kleiner, ne? Ja, würde ich auch sagen. Hier sind beide, die voll am feinen. Ich habe irgendwie eine Waffe ohne Aufsätze. Es wird krachen. Wo? On you? Tets EU, der normalste Name auch, ne? Boah, mir noch. Ich bin ein Cheatcrack oder so. Wenn er dich pusht, habe ich nicht. Einer Noki, ne? Ja, einer ist noch. Andere rennt weg. Andere rennt da ganz hinten. Cheatcrack. Ach Digga, ich smoke, ich schwanz. Was ist das? Nice. Das ist nervig, die Waffen von den Gegnern, die auf dem Boden liegen, die sind so farbig und ich denke mal, das wären, äh, hier. Wer ist das? Ähm, Waffen mit, mit geilen Ahnung. Aber ist eigentlich schon ganz geil gemacht. Guck mal, warum ist die AK jetzt Gold, äh, Rot? Ist ja dann nicht geil eigentlich. Warte mal. Rot war eigentlich immer eigener Loader. Ja, ja, aber ich glaube, Rot ist auch die Waffe aus dem Gulag. Und die ist halt, hat halt einen Aufsätze, das ist halt Arsch. Ja, ja, das ist die, 8%. Digga, warum ist die AK vollautomatisch? Gibt es da einen Aufsatz für? Digga, die AK ist aber vollautomatisch, Bruder. Seiglich und realistisch. Ja. Äh, wo hast du, hier. Aber so, keine Ahnung, Soundsystem ist mies Arsch. Und irgendwie so, keine Ahnung, ansonsten, Mako. Es fühlt sich aber trotzdem so ein bisschen schwammig an, muss ich sagen. Weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. So, jetzt die, die, die Level 7er XM4. Jetzt reinkraft. Braucht jemand Geld hier für Waffe kaufen? Ne, ne. Ja, ich würde nehmen. Ich würde Overkill immer. Ich habe keinen Overkill, ich würde nehmen. Danke. Wie, du hast keinen, ach so, wegen Level? Ja, genau. Ich brauche auch keinen Overkill, also ich habe, ich habe es zwar, aber. Ich spiele mit Drohnen. Erinnert mich mal bitte daran, dass ich meinen Knife auf jeden Fall Dark Matter mache. Ich habe einfach ein normales Knife, wie der hier ist. Oh, guck mal ein Knife an, bitte. Guck schnell, Chris. Oh, das Nebula. Oh, guck mal, meins. Oh, nee, ich habe Dark Matter, aber. Ich habe trotzdem befreundet. Könnt ihr mir kurz die Dark Matter zeigen? Ja, guck mal, meins hier, meins Dark Matter, mein Knife. Guck hier. Das ist nicht Dark Matter. Nein? Das ist einfach pissen. Einfach normaler Ding. Ja, bei mir, ich habe nicht drauf. Das hier ist halt Dark Matter. Guck mal. Das hier ist mein Dings. Oh, das ist Nebel. Er will meinen XM4, ne. Wolli. Was hast du gesagt, Chris? Was? Was hast du gesagt? Du willst meinen XM4, ne. Die Meta XM4 willst du. Nein, 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 real talk. Geh mal nur kurz. Äh, hier. Ist echt witzig, ne. Digga, er ist wirklich echt witzig. Ja, okay, ja. Wieso macht ihr so... Witzbold, krass. Nimm mal deine mit. Wieso seid ihr so arsched, ja. Nur mit einem kleinen Spaß. Aber das so Dings und so, Sips sind unnormal smooth, ne. Das muss man ehrlich sagen. Das sind die Black Ops Sips. Ich höre jemanden reden, ich höre jemanden reden. Ich höre jemanden reden, yes, jemand. Ich mache Tron an. Kommando, startet an den Boden. Okay, dann war Buggy. Oder er hat Geist. Oder er hat Geist. Digga, da hat Stimmen im Kopf einfach. Nein, er hat irgendwann so sehr geredet. Ja. Ja, wieder nicht so, oder? Schlachtruf ist ohne Spaß krass. Da kriegt man... Dann regeneriert ihr schneller Leben und so. Da steht sogar, ob ihr in Reichweite seid. Ich mache gleich an, warte. Wenn wir... Wenn wir... Wenn wir... Wenn wir... Ich weiß nicht, ob ihr eine Pervitin poppt. Ah. Das ist Feltausrüstung, ne? Genau, ja. Von hinten drauf genudelt. Dankeschön für 20 Monate, mein Freund. Dankeschön. Der frisst sich selbst auf gerade irgendwie. Oh, wieso hast du dir nicht vorgekommen? Ich schwöre, der war nicht da, dieser Panzer in MW3. Der ist neu. Ohne Spaß jetzt. Noch nie gesehen, den Panzer. Nein. Gegner? Ich hab schon immer in Zombies. Rüge. Nein, niemals. Ich hab meine Drohne gewastet, weil Chris Stimmen gehört hat. By the way, ne? So, ich mache jetzt Schlachtruf an, Jungs. Achtung. Was passiert jetzt? Sind wir dann auch schneller? Das hast nur du. Nein, wir alle. Ah, stimmt, lol. Hier bei uns. Der hat einen getötet, gerade. Zwei Teams dann. Das ist, glaube ich, gleich schon vorbei. Der, ja, sein Schlachtruf ist ja wieder aus der Halter gewesen. Nein, Bro, he chillen zwei Leute, Bro. Einer geht hier hoch. Die normalsten Namen auch wieder. 17 Kronen im Namen und so. Alles normal. Oh, meine Waffe war mir. Ich hab'n little Pills. Let's go. Können wir irgendwo hingehen? Können wir doch machen. Können Ballon nehmen. Und dann Gegner suchen. Das ist so ungewohnt, das hecht nicht. Kann das nicht. Meine Perks sind halt voll Arsch. Ich check auch noch nicht die Perks, ne? Unten rechts. Ich kann das nicht einschätzen, welche Perks das sind. Weil die irgendwie alle gleich aus sind. Wollen wir hier hin? Ich glaube, hier wurde geschossen irgendwo. Wir können einfach eh uns jetzt mal irgendwo aufteilen, oder? Also so. Ich wünsche die ganzen jetzt zusammen. Hier ist was. Da geh ich hin. Da ist einer. Auf ursichtsang musst du immer halt auf den gehen, den du siehst halt, ne? Ja, ja. Da sind aber einfach zwei. Warum hab ich den nicht gesehen? Kannst nicht zusammenspielen. Drohnen-Turm aktivieren kostet 2k. War das schon immer so? Ist da einer gelandet? Reapers? Hier. Ich bin Team Mila Cole. In 25 Minuten bin ich da. Ich muss das Geld einsammeln im Gulag. Scheiße, man muss auch den Gulag gewinnen, ne? Man muss nur das Geld einsammeln und dann sterben. Dann könnt ihr mich kaufen und wir haben unendlich Geld. Also noch zwei weitere Reapers. Wollen wir rüber? Schwimmen? Komm. Komm. Bitte, Bro. Lass mich einfach nur das Geld looten. Er fackt so ab. Positiv. Oh ne, feindliche Drohne. I feel that was. I'm dead. Nein, wir sind gut. Wir sind gut. Chat, es ist der deutsche Ping. Wie lebt ihr das? Es ist der deutsche Ping. Man kann nicht verlieren den Gulag mit deutschem Ping. 24k mit dem Puff-Peng. Komme. Hier. Hier ist einer. Close, 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 close. Er ist rein. Er ist rein. Er ist hier drin jetzt bei uns. Den nicht. Nice. Noch mehr. Was schießt er da? Er hat ein Wallbank, Digga. Hä? Es ist ein Shot. Hier ist noch einer. Ich sehe. Ich habe keine Rücken. Wollen wir close? Komm, lass close. Digga, Hazel, sorry. Womit droppt der mich denn so schnell, bitte? Ich habe beide. Full wipe, oder? Ja, ja. Rip. Boah, das KGV-Satis war ein KGV-Satis. Bin ich wirklich herrlich. Glaub dir, es ist so, wenn man doppelt D-EP anhat. Oh, man gewinnt die Runde. Muss man zum Ende. Schwert mal dort. Wird gesniped. Ja, sag doch. Muss man zum Ende, Dings, den Token aktiv haben, wenn diese XP-Abrechnung kommt? Ja, ne? Neue Idee. Ich glaube, das ist immer noch Anzeigefehler. Oh nein. Warte, ich versuche euch zu helfen. Naja, ist doch nicht. Versuche euch zu helfen. Ich bin gleich da, warte. Auf die Range kannst du mir hier komplett vergessen, sag ich, ne? Ich glaube, ich werde gesniped von irgendwo. Guck mal, ich habe ihn als menschliches Schutzschild. Warte, ich kann jetzt mit ihm reden. Warte mal. Yo, what's up, Pussyboy? Oh, warte, Zone is coming. Sorry. Äh, hier rechts, hier unten, beim Fluss, ist jemand. Äh, schwimmt weg. Fuser. Mute euch mal, da hört er mich ganz schnell drehen. Lass mal kurz up-aimt, der wird gleich rauskommen. Mh, mh, mh. Didi, didi, didi. Das ist nur ein Smoke. Da. Das ist weak. Fuster Sheetbreak. Keine Muni mehr. Ja, lass los. Wenn man jetzt im Gas ist, gibt man so richtig verschwommene Sicht und so. Man kann gar nicht mehr im Gas sein, ne? Habt ihr das gesehen schon mal? Ne. Man ist full up-bucked im Gas. Komm mal an den hier im Wald am Ballon, wo Chris grad geflogen ist. Shit. Ja, rip. Ey, Stim ist wirklich, ist so geil. Ach, Digger, hier ist das Autofahren auch schon wieder mit der falschen Störung. Ist das kacke. Muss man das jetzt in jedem Modus machen, oder was? Ey. Der war gut vorhin, Chris. Bei dir. Ah, der wird mich dann ficken, wahrscheinlich. Hier, hier, hier. Äh, er ist gut, er ist gut, er ist gut, er ist gut. Er ist weak. Krass aus. Er ist, she, oney, 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 irgendwo da. She cracked. Einer ist hier vor mir. Chris, Chris, one shot. Ich bin auch, absolut. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Warte, ich rückle den sofort. Ich sehe den anderen nicht. Aber es waren zwei, Chris, oder nicht? Ja, einer war irgendwo unter dir auch, eigentlich. Ja, lass du Reapers bei ihm. Hier ist einer noch in der Luft. Hab ihn markiert. Lass mal hier rechts, habt ihr denn beim Shop da? Ja, lass den Shop, lass den Shop. Hier, Monibox noch? Ich hab, glaub ich, ich hab auch noch einer. Wobei, warte mal, ich kann... Ist jemand drin, ich hör, ich hör, ich hör, hier ist jemand drin. Ist jemand drin. Kletter ich dann hin? Ich bin auch hochklettert. Über uns, da sucht man. Lass hier auch. Und kann ich mich nicht hochziehen? Ich weiß so, dass vier Nades und vier Stimps wirklich too much sind. Komplett. Na Gott, ich bin einfach Oney. Das leiden wir da hinten auch. Aber die müssen welche... Ey, die ist oben bei uns. Ach, Digga, Stimps sind wirklich top. Klasse, ganzes Team. Ganzes Team. Ich weiß nicht, woher die kamen. Full Team einfach ins Haus. Pass. Bad, bad. Ich bin einfach stuck hier. Komm zu mir, komm zu mir. Warte, warte, hier ist noch einer vor mir. Ja. Stimps. Crazy. Die da hinten sind gute auf dem Haus. Ja, ja, ich sehe es gerade. Digga, warum ist das jetzt so arsch? Beim Shop, beim Shop. Swanee, Swanee. Ich bin aufgeklatscht, weil ich keine Perks habe. Boah, das Geld. Unglaub ich, gut. Aber du musst schnell machen, Chris, wegen Dingzone. Ja, hier ist einer neben mir halt, ne? So, wusste ich gar nicht. Okay, auf ihn. Auto kommt. Digga, Stim heilt nicht mehr in Zone, ist das kacke. Was? Also nicht so, bin dead jetzt von hier hinten. Der FD, ich warte, ich komme. Ne, ne, der F killt nicht. Man kann gar nicht mehr in Zone, wenn man die ganze Zeit so hustet und alles ist so verschwommen und so. Ich glaube, man 14 Promille hat. Ich werde gesniped von irgendwo. Ach, Mann. Oh, no. Was ist da, Maki? Klacht. Digga, ich fahr mir nur Geld im Gulag. Das ist so witzig. Ist das, ist das Low-Dot der Save Reapers? Ja. Da kommt gerade wer, da kommt gerade wer zum Low-Dot. No cap. Er ist genau am Shop. Ich lande. Wo ist er? Am Shop, am Shop, am Shop. Er hat seine Teammates gekauft. Habt ihr? Ja, nice. Ja. Alle haben Dark Matter einfach. Gibt es eigentlich schon New? Nein, nein, gibt es nicht. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Fortsniped. Pass auf, pass auf. Ich habe keine Muni. Äh, nicht Muni. Dings. Auch Platten. Muni Box oder so? Soll ich kaufen. Kaufe hier. Warte mal, ich habe hier auch sehr viel Geld. Ich habe hier Utility Box auf. Hier, komm mal. Ja, okay. Hau die raus. Dann kaufe ich. Ey, Bro. Bei mir sind die Drohnen. Ich kann keine Drohnen raushauen. Die Typen ist hier close, ne? Zwei. Zwei. On me. Danke. Ja, der ist dead. Da ist der andere weak. Nice. Degar, die spielen nicht mal mit Platten, die Armen. Ja, dem ging es nicht so gut. Ich hole hier so ein Ding. Hier. Hier, nimm mal die Drohne von mir. Ich kann meine irgendwie nicht raushauen. Ich weiß nicht warum. Hab schon. Freepass, kannst du mitnehmen? Ich habe schon. Die benutze einfach. Ne, ne. Ich habe noch einmal eine gedroppt. Ne, die habe ich auch benutzt. Alleine war ja fast abgelaufen. Hey, ich höre Schritte. Unter uns, ne? Irgendwie hier hin oder so. Da liegt noch eine Drohne. Der hat noch eine Drohne getroppt, der Bray. Ich höre doch selbst hier, oder? Ja, ja. Ähm, warte, ich habe hier was. Ah, ja. Okay, perfekt. Ich gehe mal. Ich gehe mal auf die anderen. Warte, ich kann Selfie-Wive kaufen am Shop? Ne, ist aber weg schon. Was macht der denn? Feini. Den sind ein paar vor mir. Ja. Digger, man kann, man kann Nate so spammen. Aber was bringt der die Stimme eigentlich? Sauber ehrlich. Wenn ich da gerade kein Leben zu bekomme. Entschuldige. Was? Pantymoip. Resin, resin, resin. Ja, ja, ich komme, ich komme. Jetzt ist die XM4 auf jeden Fall irgendwie besser, ja? Liegt vielleicht am Lauf oder so. An diesem Lauf oder so? I don't know. Wird auch einen anderen Untergriff, aber ist auf jeden Fall besser. Und ich spiele halt Rotpunkt. Ja, Rotpunkt ist stabil. Hier rechts, hier rechts, hier rechts. Einer ist hier noch. On, on, mieten. Lass weg, aber um ihn kaufen. Ich weiß gar nicht, ob sowas wie... Wenn du es schaffst, komm zum Shop, Reapers. Wie schnell du da wegfliegst, das ist krass. Das ist so schnell, Digger. Und dann lass ihn die Zone moving, dann. Ich kaufe da noch einen Drop. Und schmeiße ihn dann in die Zone. Ja. Es leben eh nicht mehr. Es leben fünf Teams noch. Ja. Ich mache nochmal Doppel-DP an, hier, fürs Endgame. Ach, Digger, ich habe die ganze Zeit keinen Double XP an, dich Bastard. Kaufe eine Drohne, wenn du kannst? Ich kann auch eine kaufen. Ja. Aber warte, ich wollte in die Zone droppen. Ja, mach einfach. Derf einfach. Ja, ja, ist gut. Da kann man dann auch irgendwas nützen. Ja, die kommen close, die kommen close, die kommen close. Wo? Hihihi. Wir wissen gar nicht, dass wir wissen, dass die kommen. Ich muss mit meiner Waffe. Knock. Pass auf, Prezi oder so? Na, Palme? Prezi, Prezi, good call, good call, good call. Alter, dass er mich nicht geholt hat. Hier kriegst du hinter dir, hinter dir. Schau hinter dir. Den habe ich. Warte. Nee, nee, noch einer. Die close. Nice, Mark. Keine Ahnung, wie ich den Scheiß angemacht habe. Hat mich gerade einfach angesagt. Das waren ja die Übersfatter, Bruder. Ach du Scheiße, schwimmen wir jetzt hier die ganze Session, oder das? Ja. Was halt so geil in Warzone auch, oder? Beste Mechanic. Das ist nicht mein Bier, Jungs. Das ist nicht mein Bier. Watch me getting lasered. Mit R. Das ist genau. Mit deinem Bier. Er hat dieses Ding PDW gehabt. Pilz, die danke für 4 und Trench, danke für 5. Und die ist da davor schon, danke für 5 und 4. Ich weiß ja, du kannst... Oh, shit. Bruder, bitte. Ich bin doch schon ums Eck. Safe aber. Der push, ne? Vielleicht kommt der jetzt. Ja, einer pusht, oder? Ich habe... Raise, 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 raise. Hier ist einer. Knock. Einer pusht mit Geiß, oder? Hört sich das nur so an? Ich habe es auch gehört. Ist noch einer im Haus. Ich werde... Hinter mir. Bro, er war wirklich da drin. Den hatten wir gehört. Digga, ich habe... Ah, shit crack hier drin. Ihr habt noch einen Job für euch. Digga, also... Wie schnell man mit Stims ist, ist ja... Ich kaufe dich. Wie schnell man mit Stims ist, ist ja völlig broken. Ich bin gerade zu weit geslidet einfach. Weil man so schnell ist. Ist völlig kaputt. Digga, wo sind denn alle? Ich benutze meine Advanced. Haben irgendwie alle Geist. Wo ist jetzt moving, Jungs? Bei Grün. Ich habe Advanced angemacht. Ja. Also Stim ist völlig broken. Wirklich. Komplett kaputt. Guck was er macht. Er smoked mich fast noch. Pass auf, links vom Dings. Links vom Dings. Der wirft in der Smoke diese Mine und schüttet mich damit, Digga. Den hat der gerade geschluckt. Digga. Geht ab. Ich schmeiß eine Nade dahin. Das ist das letzte Team. Wir sind zwei gegen drei. Ne, drei gegen zwei. Drei gegen zwei. Warte, lass kurz einen nocken oder so. Der weak. Die haben gute Position. Sind doch nicht so schlecht. Lass mal auf die. Einer squeak, einer squeak, einer squeak. Einer zumindest. Sheep break, einer one shot. Knock, knock, knock. Habt ihr. Deine Schalt auf mich. Habt ihr, habt ihr, habt ihr. Nice. Digga. Er ist so one shot. Wo ist er? Hier oder was? Hier hinterm Stein. Habt ihr. Nein, ich wollte ihn selbst mitnaden. Mann. Nice. Ich wollte mich mit ihm in die Luft sprengen. Guck mich an, wie ich da mit der Nade in einem herlaufe. Digga, es geht so schnell. Es ist buggy. Ich habe hier gerade vier Nades gehabt. Und manchmal ist es normal und manchmal ist es schneller. Also, das ist nicht immer gleich. Ich checke nicht, wann hat man denn diese vier Nades und vier Nades? So ein Backpack, den man proben hat. Wie heißt der Backpack? Äh, fünf Gramm. Das ist so, ähm, keine Ahnung. Es gibt so eine, wo du mehr platten und eine, wo du mehr Nades. Und ich checke schon dieses Ding mit, dass man keinen Rucksack hat, aber wirklich vier Taktik und vier Nades ist wirklich too much. Also eins mehr würde ich noch checken. Eins, also zwei, zwei ist okay. Aber guck mal, du kannst jetzt einfach vier Semtex hintereinander einfach in ein Fenster werfen. Brauchst du nur eine Muni-Box. Ich stehe mir vor, dass man drei Leute die ganze Zeit hat. Ja, das meine ich ja. Das ist halt völlig bro. Hä, aber Chris, findest du es nicht geil mit Stim? Dass man so viel Stim sagt? Ja, schon. Schon, aber Digga, es ist wirklich...